Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, immer noch die gleiche Ratlosigkeit bei mir. Was haben wir? Wir hatten bekommen einen Schlüssel. Und wir suchen eine Telefonnummer. Ich weiß nicht, ob das hier ein Raum vielleicht noch ist. Ich könnte jetzt einfach mal die ganzen Stockwerke abgehen. Ah, es ist schön. Ich habe gerade Anna aufgenommen. Direkt Cry of Fear hinterher. Überall schreien sie. Es finden nur noch die heuernden Babys. Dann kann man diese Spiele kaum voneinander unterscheiden. Es ist auch der Unterschied, dass man sich hier wehren darf. Drüben halt nicht, was so nach oben wollte. Ich muss erst mal überlegen, wo ich noch... 2009. Okay, hier war das Gitter. 2009 hatte ich ja sogar ausprobiert. Ich erinnere mich, dass es nicht funktioniert. Boah! Immer diese Psychopathen überall. Das ist aber schon mal ein gutes Zeichen, wenn hier ein Viech war. Was? Ist da jemand hinter? Ich muss sagen, es sieht sehr gut aus, sonst wären hier nicht so viele Gegner. Staff Quarters. Ah, cool. Das klingt ja schon mal gut. Dann gehen wir doch mal reingucken. Stuhl? Ähm. Wie war das denn hier? Hallo! Okay. Inventory voll. Inventory voll. Es kann nicht sein, dass ich jetzt schon wieder zwei Plätze brauche. Aber das Licht, das möchte ich auch nicht hergeben. Okay. Ja. Ja. Das ist jetzt interessant. Ne halbe Steinplatte. Boah. Okay. Auf jeden Fall geht's weiter. Ich hab nämlich grad schon überlegt, wo müsste ich denn jetzt wo noch hin? Ah, da ist noch so ne Platte. Ah, da ist noch so ne Platte. Jetzt muss ich doch noch was aufbauen. So. Dann lass ich einmal die Dings fallen. Ich nehm die auf, kombiniere die beiden Tafeln und nehm meine Taschenlampe wieder mit. So. Okay. Okay. Jetzt müssen wir das doch... 51173979. Gut. Das kann ich jetzt natürlich versuchen. Ob ich das damit machen kann. Okay. Vielleicht ist das jetzt ja die Telefonnummer. Da muss ich sie mir nur nochmal aufschreiben, weil sonst kann ich mir das ja nie merken. Ähm. Eine Etage hoch. Und dahinter. Weil sonst, glaub ich, gab es nichts, wo man hier Zahlen eingeben konnte, außer bei dem Telefon. So. Okay. Jetzt muss ich das mal eben... ...einmal schnell aufschreiben. Fünf... ...eins, eins... ...fünf... ...eins, eins... ...sieben... ...drei... ...neun... ...sieben... ...neun... ...okay. Fünf... ...eins... ...sieben... ...drei... ...neun... ...sieben... ...neun... Oh, ja. Hät ihr was in der Hand? 1, 7, 3, irgendwas? 1, 7, 3, 9. 1, 7, 3, 9. Okay. 1, 7, 3, 9. Ich schreibe es mir lieber nochmal auf. 1, 7, 3, 9. So. Ein Dachboden. Ach ja, genau. Oben war ja so ein Zeilen-Schloss. Stimmt. Und man kann nochmal speichern. Juhu. Jetzt bin ich ja mal gespannt. 1, 7, 3, okay. Sie ist aufgegangen. Juhu. Auf dem Dachboden. Na, da mal gucken, was jetzt kommt. Oh, hier eine Menge Sachen. Ich frage mich nur, ob ich die Dinge überall, so tolle Sachen, ob ich die Tafel überhaupt noch brauche. Wahrscheinlich nicht. Die werde ich jetzt einfach runterschmeißen und dann nehme ich mir lieber die ganzen wichtigen Sachen mit. Wie zum Beispiel Munition ohne Ende. Falls ich sie nochmal brauche, kann ich sie mir wieder abholen, oder so. Okay, du bist tot, aber schon tot. Oh, okay. Gut. Merke, man darf da auf jeden Fall... Auf jeden Fall darf man nicht, ähm, an den Kisten vorbeilaufen. Ist ja toll, dass man dann sofort stirbt. Nein. Wie auch immer, das heißt, ich muss mich ein bisschen anstrengen, dass ich den auch ordentlich treffe. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. So, nachladen. Eigentlich bräuch ich die Taschenlampe hier auch gar nicht. Nehmen wir doch schon mal eine Spritze. Sicher ist sicher. Hm. Halb du das ja schon mal. Na komm schon. Dann haben wir eine Spritze. Aber der Dock ist gleich fertig. Endlich. Wie lange rennen wir dem schon hinterher? Das war ja ganz am Anfang des Spiels schon, dass man dem hinterher gedackelt ist. Okay. Sicher ist sicher. Bin ich voll high von den Spritzen. Mach gar keinen Schaden mehr. Guck mal, jetzt bin ich fast tot. Na komm. Na komm. Was ist denn jetzt so hakelig? Hm. Okay, jetzt bin ich gestorben, weil, keine Ahnung, das mit diesem Geruckel ja mal total scheiße war gerade. Neh auf. So, tot ist er. Ich wollte euch das jetzt ersparen, deswegen hab ich den... Um, das ist ja nicht so, dass du nicht fühlst. Du musst, wasst machen, wasst du? Du musst, wasst dir, wasst. Ja, ich empfehle, dass du einen Neubodum-Treatment einschränkend, nennen sie Cognitiv-Therapy. Was ist das? Es ist ein paar Übersetzungen hier. Eine Art, um die Vergangenheit zu vergessen, all die schlechte Erinnerungen, die Sie haben. Sind Sie interessiert in Bücher, Simon? Ich weiß nicht. Warum? Okay. Ich wollte nur herausfinden, weil ich möchte Sie versuchen etwas zu machen. Ich möchte Sie schreiben ein Buch. Wie ist das? Ich verstehe, du kannst es machen. Ich denke also. Ich könnte versuchen. Nein! Nein! Warum? Hutsch! Ich flüchte aus der Psychiatrischen Anstalt. Backdoor Key. Hier wäre auch noch eine Spritze. Ah, toll. Ja, ich denke aber, dass ich hier jetzt rausgehe und speichern. Ja, und dann mache ich hier Schluss. Also ich habe den Kampf jetzt das letzte Mal nochmal übersprungen, weil... Okay, ist ja direkt beim... Hier ist ja eine Laterne. Ähm, weil... Ich nicht wollte, dass ich das jetzt noch fünfmal versuche, falls es wieder so blöd läuft. Aber es hat direkt geklappt und... Ja, gut. Bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.